Das war die verrückte Linda. Willkommen zu Vlog Nummer 8. 17 ist es. So, es ist nicht ganz so viel passiert, diese Woche wie immer feiern gegangen ist. Gleich einzig. Ja, ähm... Rrrr. Auf jeden Fall waren wir tauchen und ansonsten kommt sie gerade hier in die Tür rein. Ja, tauchen und sonst nicht viel passiert. Ich habe mich gut im Gilligan's eingewiesen. Viel Spaß! Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020